Bisschen 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 Bitte? Tö, gut dass ihr nicht mit dabei wart Ah Das ich mir gerade auch Arschlöcher, ey Ja Au, 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 es läuft hier nicht richtig Oh, hier ist ja schön Ich glaube wir machen mal ein bisschen Pause, wa? Bisschen Urlaub Ah Jetzt werden die Teams nicht doch gegenseitig umbringen Mhm Oh, Kiste Bisschen Ah Was so eine Waffe Gute Waffe Ich glaube da ist eine Antenker vor zu sein Wir wissen 19.000, da ist man stärker als die anderen Waffen durch Aber nochmal, eben drauf Aber sie? Vielleicht trauen ihn die Leute, die hier genug so, dass sie daran rumbasteln können, ohne dass jemand was sagt. Naja, auf jeden Fall machen wir erstmal gleich wieder eine Antenne ganz. Die hat mehr Power-CB-Nio zieht. Das ist eine Militärversion, also nö. Eine blöde Antenne reparieren. Natürlich. Machen wir doch gern. Hast du einen Punkt gesetzt, oder was? Ja. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, wir sind die Hände ja. Aber wir sind gleich da. So, das müsste hier oben jetzt sein. Hier. Ja. Wir müssen hier auch irgendwie hoch. Warte mal. Ich höre schon die Gegner. Ja. Ich darf aber jedenfalls eine Schießerei und dann lasse ich es. Hm. Lass es? Dann lasse ich es. Jetzt könnt ihr Idioten mal alles alleine machen. Das ist unser Job, jetzt könnt ihr es mal machen. Hm. Gut, dass sie mit dabei fahren. Viel Glück, ihr Affen. Ja. Alleine schaffen sie es ja eh nicht. Ich glaube, die haben sie schon verloren. Hm. Ich höre ich leider nicht hoch. Aus der Schützseite. Hm. So, nun? Ach, da. Äh. Weil wir halt hier kreis mit Ausrufungszeichen oben drüber angezeigt. Hm. Ach so. Äh, weil es tiefer geht. Wir müssen jetzt nicht auch runter? Ja. Irgendwie schon. Noch weiter runter. Ich sei mich mal hier ab. Geht doch. Ich empfange eine neue Siegesmeldung. Und das war's, ja? Ja. 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 Ich bin so dankbar, dass es sie gibt. Ich wollte gerade schon zu irgendeinem anderen Kampf laufen. Ich bin so dankbar, dass es sie gibt. Äh. Warte. Was denn? Was denn? Ich will jetzt nicht los von ihr. Also, andere Richter am besten nicht gehen. Da war gerade einer der, äh, starken Bosse. Okay. Oh, hier ist ja einiges los. Sparrow 5 hier, wir nähern uns jetzt ihrer Position. Warnung, Feindkraften näher an sich. Ja, hier kommen aus dem Gebäude übelst viele Gegner, 5 Stück oder mehr, ich muss hier weg. Ja, hier weg. Andere Seite. Ja. Oh, blut ist einer von euch Idioten schon? Hm. Warnung, Feindkraften näher an sich. Jetzt kommen die von da. Ja. Warnung, Feindkraften näher an sich. Ah, danke. Jo. Warnung, Feindkraften näher an sich. Komm von vorne. Bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Ja. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Gute Arbeit. Dieser Nachschub wird vielen Menschen helfen. Hier piept es überall. Das nervt. Wow, das war ein Kampf. Wir kennen Sie. Unter den Uniformen sind Sie alle gleich. Polizei, Bewährungshelfer, Richter, Gefängniswärter, verdammte Jugendschutzbeamte. Hier wieder eine. Tolle Regierungsagenten mit tollen Uhren und polierten Waffen, die herumstolzieren, als wären sie beschissene Götter oder sowas. Kann man wie von... Ich habe schon gefunden. Das denn? Was denn? Wenn wir es war, haben wir da drin und es sind nachher, hat sie gesagt, dass die Mühle, naja, ja, 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 ja. Komm, wir retten mal, wir haben ein paar Zivilisten, machen wir auch gern. Was drehen wir dafür? Oh, gar nichts. Schlag ins Gesicht. Mhm. Da laufen gefährliche Heldinnen raus. Spiel hier nicht die Heldin. Ihr hättet mehr Freude mitbringen sollen. Viel Höre mitbringen sollen. Ihr hört mich! Hört ihr mich! Hört ihr mich! Das war Schatzschütze. Oh, das ist ein Rekord. Keine. Bis sie hier helfen. Ne. Haben wir alle? Die nach vorne. Bein besser dein Gebet, Junge. Ach ja. Alter, das sind richtig viele. Willst du was? Ja. Sprich besser dein Gebet, Junge. Ja, hier können wir für mich tanzen. Ich bin zufällig. Ich weiß, was du bist du denn, ey? Zivilisten sind sicher. Oh, was sagt man dazu? Wenn sie hier weiter die Leute retten, geben die ihnen noch meinen Job. Nicht, dass ich das je zulassen würde. Wir haben jetzt wirklich eine Person gerettet? Und wie viele haben wir auch gebracht? Oh, sehr viele. Mal wieder. Fertigmachen. Das hat irgendwie nicht drauf abgeschlagen. Wir bringen hier zu 30 Leute oben, um eine einzige Person das Leben zu retten. Okay, die gefühlten 20 Personen, die sind dann auch Arschlöcher, die versuchen nur, uns zu töten. Von daher Arschlöcher, wir bringen die beide um. Na, irgendjemand muss sterben. Ich bin erledigt? Ach, er, da rastet man wieder aus. Was ist toll, Alter? Verpisst dich scheiß NPC. Okay, Agent, nehmen wir an, das JTF-Team ist tot, weil... Naja, macht ja. Führen wir uns also um die Lebenden. Die müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben, weg von meinen Generatoren. Und seien sie vorsichtig. Die sind äußerst temperamentvoll und stehen uns ziemlich hoch. Da vorne. Mhm. Aber irgendwo stimmt mit dem Spiel echt warm. Warum? Wir lassen es ein bisschen bekommen, da haben die ewig viel geschluckt. Ah, Granate! Aber hier verrägten die so schnell. Mhm. Granate bei dir! Granate! In die Fresse. Oh, ich mach' ich alle! Muss ich sehen. Tja. War wohl nix. Ah, hier brennt du ein bisschen, würd ich sagen. Ach, na ja. Hey. Ich soll mich... Hey! Alter. Was soll ich das denn jetzt? Keine Ahnung. Ach, das kann doch spaßig werden. Oh ja. Ich hab dir es dann fallen lassen. Auf jeden Fall sieht's hier schön aus. Gut, weil ich euch was zu sagen habe. Mhm. Äh. 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 Ich nehm' mir alles von denen. Seid ihr dabei? Mhm. Da lang oder... Da lang. Ah, da kann man nicht lang. Da lang. Ah, alles klar. Fertil ist... Äh, ne. Gegner. Klopf, klopf, Leute. Ein paar Arschlöche sind da. Hm. Das ist jetzt aus. Die gehört uns. Euch seht er aus. Keiner gegen wir uns. Krassig. Das liegt. Granate bei dir. Wer hat die geworfen? Keine Ahnung, wo die herkommt. Über uns? Über uns ist einer. Ah, na. Ich hoffe, es ist unten. Der ist unten. Ich war zum Gebrauch. Wir müssen da nach oben. Der Springstoff ist bereit. Wir sprengen die Generatoren auf dein Scheißen. Aber wir kriegen Gesellschaft. Wir vor der Tür wird geschossen. Was denn? Komm runter. Ja, da war ich gerade überlegen. Wo muss ich da? Ich habe hier einen Knopf gedrückt und jetzt ist die Tür aufgegangen. Toll, diese Arschlöcher sind lebensmüde. Sie wissen, wie man mit Sprengstoff umgeht, oder? Der Schnüffle in ihrer Shade Take müsste sie direkt zu Ihnen führen. Oh, yo. Das sieht aus, als hätten wir eine neue Bude, Leute. Wir sollten mir mal richtig die Sau rauslassen. Und wenn der Arschlöcher ist ziemlich beliebt bei der JTN. Wie glauben wir servieren Ihnen die Schlüsse sonst dann auf dem Silbertablett? Falsch. Zeig denen, wer das sagen hat. Da ist nicht viel angerichtet. Äh. Einfach gerade fragen. Was denn? Hast du nie gesehen, dass das da eigentlich gebrannt hat? Doch, doch. Hier ist eine Kiste. Warum muss ich die Schlüsse eigentlich schließen, sondern auch einfach vorbei? Keine Ahnung. Ach, ja. Ich bin eine Bescheure, der immer vorrennen und alles erledigt, was das sieht, aber... ... dasselbe immer ist es aufrecht. Oh. Hier atmet immer noch. Scheiße stimmt ja, ihr könnt nicht sterben, weil euch die gut sein. Die mit den weißen Hüten. Bloß ist das hier kein Film, Cowboys. Das ist jetzt unsere Show. Ja, die will ein bisschen umschreiben. Mhm. Hm. Ja, ja. Du hast uns in Ruhe, dann haben wir es alle schönen Armand nach. Wenn nicht, sterben alle im Dunkeln. Meiner ist entschärft. Okay. Hm. Hier wird hier was angezeigt, nur was. Ach so, du reicht sicher. Hier unten ist auch noch was. Hm, ich bin grad unten. Hier ist ein Gegner. Du brauchst Hilfe. Nö, alles gut. Ach so. Ja, das ist ja auch klar zu. Oh. Hm.